Der Community Day am Wochenende mit EP und Sternenstaub, Boni und neue unangekündigte Avatar-Gegenstände gratis, die man sich auch passenderweise ideal an dem Wochenende holen kann. Der vom Wetter her vermutlich feurige Community Day mit einem L noch dahinter wird stattfinden am Samstag und ich sag schon mal, gründet eine Party dafür. Beim Community Day spielen ja doch manche gemeinsam und wenn ihr links unten euren Avatar antippt, habt ihr rechts oben Team mit einfachen Aufgaben für Sternenstaub, Bälle, Tränke, Pokémon-Begegnungen oder brandneu, irgendwie ohne Ankündigung, ich habe keine Neuigkeit gefunden, mit Evoli-Entwicklungen auf T-Shirts, einfach so gratis. Aber die Aufgaben sind schon ein bisschen habiger. 100 Hyperbälle verwenden oder Pokémon fangen mit 100 Hyperbällen habe ich etwa schon gesehen. Ich blende hier mal ein, Glaciola, Foli Purba, Nachtara und ich vermute einfach mal die komplette Evoli-Entwicklungsreihe kann man sich hier holen. Natürlich nicht nur am Wochenende, weil ich es so gesagt habe, aber dieses Wochenende bietet sich natürlich an, gründet man eine Party und fertig. Kleine Erwähnung noch am Rande. Ihr könnt auch mit irgendeinem Account eine Party gründen von jemandem, der eigentlich gar nicht spielt. Danach einfach die App schließen von der anderen Person und ihr könnt drei Stunden alleine in einer Party spielen sozusagen. Früher so vor ein paar Wochen habe ich eher von Teams abgeraten noch, weil da gab es Fehler, wo man dann bis zum Ende des Teams nicht mehr weiterspielen konnte. Das war sehr ärgerlich. Mittlerweile sind die eigentlich behoben. Also, am Samstag ein klassischer Community Day mit Feuerriegel. Classic deshalb, weil wir ihn in der Vergangenheit schon mal hatten. Der Nostalgie halber kann ich mal die alte Grafik einblenden. Ja, richtig gelesen. November 2018. So lange spiele ich und spielen wir schon Pokémon GO. Damals, oh, das sehe ich jetzt erst. Gab es auch die doppelten EP beim Fangen? Und den doppelten Sternenstaub beim Fangen. Cooles Easter Egg von Niantic, weil üblicherweise haben wir ja dreifach irgendetwas. Das finde ich gerade echt genial. Und ich habe noch eine weitere Sache, wo ihr euch vielleicht denkt, hä? Hä? Ich bin schon so lange Pokémon-Fan und wusste das nicht. Die üblichen Boni aber in kleiner Variante, weil es eben nur ein klassischer Community Day ist und nicht normal mit den Bonbonboni und so weiter. Die gibt es nicht. Fünf Snapshot-Überraschungen aber auch, wo man dann Feuerriegel auf der Karte fangen kann, pushen ein bisschen die Photobomb-Farb-Igel-Medaille. Showcases wird es geben. Da hat Niantic aber in der Season ein bisschen den Rhythmus geändert. Die finden von Samstag bis Sonntag statt. Also man könnte dann, stimmt, man könnte dann auch noch tauschen. Und irgendjemand gibt euch paar XL oder XXL-Feuerriegel. Soweit ich informiert bin, ich bin ja nicht unbedingt der Tauschprofi, kann man getauschte Pokémon auch in Showcases bei Showcases anmelden. Angemeldet und angekündigt wurde auch die Ladeattacke Loe-Kanonade, die man unbedingt bei Tuanupto haben möchte. Allerdings nur, wenn man es per Entwicklung erhält. Und hier auch nur unter Anführungszeichen bis 19 Uhr. Also Achtung, nicht wie bei einem normalen Community Day noch fünf Stunden. Ganz viele Feu-Riegel werden drei Stunden lang auftauchen mit erhöhter Shiny Chance. Wer seine Bonbons und die EP erhöhen möchte, Feu-Riegel nur vom Typ Feuer. Wir haben in Pokémon Go vier oder fünf Mega-Entwicklungen. Mega-Glorak X und Y, Mega-Hundemon, Mega-Logog und Proto-Graudon auch noch. Momentan Evil-Tal und Mega-Glorak Y sogar im Raid. Aber wer parallel raiden möchte, da fällt mir kein Pokémon ein, welches irgendwie brauchbar wäre. Eine Proto-Graudon kann man machen, wenn man das dann ins Team hinein nimmt. Einfach an letzte Stelle packen, bekommen alle im Raid gegen Evil-Tal etwa einen Schadensbonus unabhängig des Typen. Das haben Proto-Morphosen so an sich. Nebenbei erwähnt wird am Freitag, einen Tag vor dem Community Day, ein Event starten, nämlich Schmorende Schritte. Auch dort gibt es Boni, die doppelten Bonbons aus Eiern und die halbierte Brüt-Distanz, wenn man Eier im Event in die Brutmaschine legt. Und das überschneidet sich mit dem Community Day. Folglich hat man hier wieder einige Boni auf einmal. Was kann Tornupto? Ja, nicht viel. Da muss ich, glaube ich, nicht mal eine Grafik einblinden. Ich meine, ich kann die Sortierung von Pokémon Go hab. Tornupto sehr weit unten. Krypto-Tornupto? Wenn man das hat, ja, aber kann man ja nicht beim Community Day fangen oder so. Doch wer sich ein paar Freuriegel aufgehoben hat in der Krypto-Variante. Nun, bitte entwickeln für die Attacke. Aber, ob acht, man erhält eine Event-Lade-Attacke bei Krypto-Pokémon nur, wenn sie Frustration nicht erlernt haben. Sprich, wenn man die irgendwann in einem Team-Go-Rocket-Event weggemacht hat. Bitte verwendet nicht eure guten Krypto-Foi-Riegel mit, keine Ahnung, PvP, IV oder so, wenn die noch Frustration haben. Wenn ich weiß, frustrierend, aber das besagt ja schon der Name. Folglich im Raid auf keinen Fall brauchbar. Mit der Sofort-Attacke einäschern, aber wirklich stabil. Vielleicht sogar gegen Team-Go-Rocket, wenn ihr relativ neu seid. Gegen die Pflanzenrüpel oder sogar Stahl überall, wo Feuer effektiv ist. In der Go-Kampf-Liga, laut dem Ranking, eigentlich mickrig und ich spreche nicht von dem Käfer-Pokémon. Vielleicht in der Überliga noch ein bisschen höher. Doch in der Praxis, außerhalb von so simulierten Kämpfen, mittlerweile wirklich stark. Denn es hat eben als Sofort-Attacke eine schon. Die verursacht mächtigen Schaden. Und brandneu, seit himmlisches Teamwork, auch Donnerschlag als Lade-Attacke. Und wenn man zweimal eine schon macht, hat man schon die Lade-Attacke erreicht. Aktuell fand etwa der Sommer-Cup statt. Da war Tornupto wirklich stark und brauchbar. Auch in anderen Superliga-Cups bestimmt super. Feldforschungen, fange drei Feu-Riegel wird es wieder geben. Hunderte habe ich schon, da bin ich nicht. Also, ja natürlich, ich werde viele Feldforschungen absolvieren. Aber wenn ich hier leer ausgehe, nicht wild. Und wer die WP nun kennt und sich denkt, hey, wir hatten doch schon mal einen Community Day mit genau diesen 100er WP. Ja, Glumanda hat auch 420. Aber, dann habe ich so gecheckt, Moment, das ist nur ein Zufall. Das hat ja, wenn die in den Feldforschungen die identischen WP haben, hat das ja nichts zu bedeuten, so unbedingt. Dann habe ich mal geschaut. Die komplette Pokémon-Familie von Glumanda und Feu-Riegel haben jeweils identische Attribute. Glumanda sowie Feu-Riegel, Glutexo sowie Iglava und Glurak sowie Tornupto. Und ja, ich war heute Jahre alt, als ich das erfahren habe. Sprich, alle WP von Glumanda und Feu-Riegel auch identisch. Wer sich die also damals auswendig gemerkt hat, aus welchem Grund auch immer, der kann nun so richtig profitieren von den Lorbeeren. Und dann natürlich auch folglich die PvP-IV. Und ich bin kein Schnorrer, wie wir wissen, sondern ein Sporrer, ein Sparer. Und ich habe mir einfach erspart, dass ich die Grafiken neu erstelle. Folglich hier sogar noch von Stadium Gaming Rank Checker. Mittlerweile verwende ich eher IV4U. Aber damals beim Glumanda Community Classic habe ich hier die... Das sind eigentlich die Glurak PvP-IV. Aber ich habe das nochmal mit jedem Rang überprüft. Wirklich identisch Glurak und Tornupto. Finde ich irgendwie cool, wenn man sowas weiß. Also wer ein bisschen an der Go-Kampf-Liga interessiert ist, dieses Pokémon sollte im Repertoire nicht fehlen. Und wenn, dann eben mit Loe Kanonade, zweite Ladeattacke, mittlerweile Donnerschlag empfohlen. Dann hat die Feu-Riegel-Familie oder Tornupto ja auch noch so etwas an sich. Nämlich in der Hisui-Region. Hisui, Tornupto. Da gab es mal einen Raid-Day. Kann man nicht per Entwicklung oder so erhalten. Sondern da muss man vermutlich wieder warten, bis Niantic dieses Pokémon irgendwann in den Raid steckt. Aber, na unterm Strich, wenn also die Bonbons, die teilen sich die ja. Das ist kein anderes Pokémon, sondern die identische Familie. Und ein Hisui-Tornupto benötigt auch Feu-Riegel-Bonbons. Hat mit dem Event, mit dem Community Day an sich, eigentlich nicht viel zu tun. Doch erwähnenswert nebenbei, wie ich finde. Wir werden aber auch wieder ein Glücksei vernaschen. Vor allem bei den doppelten EP. Direkt 14 Uhr bitte Glücksei aktivieren. Geschenke an Freunde schicken und dann auch öffnen. Mit welchen ihr nur noch einen Tag Interaktion benötigt. Für Level 3 und Level 4. Und dann alle auf einmal abholen. Denn ich weiß, ein klassischer Community Day. Doch der normale lag nun auch schon wieder zwei, drei Wochen in der Vergangenheit. Da hat sich bestimmt ein bisschen was angespart. Und der im Juli, der dauert auch noch. Wann haben wir Juli? 21. Juli. Also ja, unbedingt Freundesaufstiege abholen. Nehmt diesen Spaß mit Feu-Riegel nicht auf die leichte Schulter, weil da sind wirklich in den vergangenen Tagen Temperaturen am Start. Handy wird heiß und wenn man da nicht mit Sonnencreme unterwegs ist, kann das in einem Shiny enden. Dann werdet ihr Shiny. Kappe, Sonnencreme, vielleicht Kühlpack oder irgendein Tuch. Immer kalt, feucht machen. Aber bitte nicht mich verklagen, wenn euer Handy nicht wasserfest ist oder so. Und dann wünsche ich uns allen natürlich einen schönen Samstag mit vielen Shinies und hoffentlich auch einem Hunderter. Neue Textebene Und hier kämpfe ich nun noch einmal aus Spaß an der Freude mit Tornupto im Sommercup, bevor er verschwindet. Ich glaube, wenn ich das Video hochlade, ist er schon weg. Mit einem Spaß-Team dreifach einäschern. Genau. Und dieses Tornupto hat die Community-Day-Attacke. Loe-Kanonade Und Donnerschlag, die neue Attacke, kann man mit einer normalen TMA lernen. Und einäschern finde ich wirklich spaßig irgendwie. Da kommt auch schon ein Schild. Gehen wir mal rüber in ein anderes Einäschern-Pokémon und schauen, was hier so passiert. Das wird vermutlich ein Psycho-Beißer sein, den ich ungern schilde, weil, ja, weil das wenig Schaden verursacht. Nein! Alte Schwede! Ich glaube, da hätte ich auch Hitzekoller drücken können. Ich weiß spontan gar nicht, was hier mehr Schaden verursacht. Aber beides dürfte... Okay, Schild bekommen wir sowieso. Folglich egal. Aber, naja, wieso treffen wir auf ein Katapult-Pokémon, wenn wir dreifach Feuer spielen? Kann mir das irgendjemand verraten? Ich meine, ich kann hoffen, dass er irgendwie nicht schildet. Oder, keine Ahnung, ich möchte... Ich möchte nicht direkt aufgeben. Aber das ist schon böse. Ich habe noch nie Kastellet hier gesehen. Ich meine, ich habe nicht so ultra viel im Sommer-Cut gespielt, aber das ist ja wirklich... Okay, er schildert nicht. Einmal... Uh! Einmal Katapult kommt hier noch an. Mal schauen, ob Fiaro aufräumen kann. Was war vorne? Girafarig oder Encrypto. Komm schon, bitte irgendwas schwach gegen Feuer. Okay, da werde ich einmal Schilden runterfarmen. Okay. Okay. Hallöchen. Hallöchen. Wie geht das Ihnen? Okay, aber Moment mal. Das ist alles nicht so effektiv. Oder hat das mittlerweile auch Donnerschlag? Nein! Nun müssen wir schauen, wer den Gleichstand gewinnt. Hat nicht Prigaron mittlerweile Donnerschlag erlernt? Ich glaube, in der Season hat, genauso wie Tornupto, haben einige Pokémon Donnerschlag erhalten. Ich verliere den Gleichstand. Ich hätte nicht schilden dürfen. Kraftkoloss hätte ich locker überlebt. Auf einmal fiel mir ein... Eventuell Dingenskirch... Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay, ich lebe noch. Ich lebe noch. Also eine schon. Eine spaßige Attacke. Und Tornupto kann man schon in dem einen oder anderen Cup verwenden. Und während dieses Fiaro überlegt, ob es noch die Ladattacke durchbekommt oder nicht, bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Boop, boop.